In Rheinland-Pfalz, das inzwischen fast 100 Tote zu beklagen hat, hat es den Landkreis Ahrweiler am heftigsten getroffen. Und obwohl es für die überfluteten Gebiete noch längst keine Entwarnung gibt, hat in manchen Orten das Aufräumen begonnen, was auf den ersten Blick eine schier unlösbare Aufgabe zu sein scheint. Bevor ich gleich mit einem Arzt spreche, der heute im Kreis unterwegs war und der von menschlichen Tragödien berichtet, zeigen Lucrezia Garter und Sandra Bigger den Tag im Landkreis Ahrweiler und schildern ihn in dieser Region am Nürburgring und in Inshul. Das war einmal eine Brücke. Seit mehr als 100 Jahren verbannt sie die beiden Ortsteile der kleinen Gemeinde Inshul. Die Wassermassen haben das Bauwerk völlig zerstört. Petra Gründler hatte sich auf genau diese Brücke geflüchtet, doch die begann einzustürzen. Da haben wir die ganze Nacht ausgeharrt und du stehst da und die Brücke wird immer weniger. Dein Platz, den du eigentlich noch hast, wo du denkst, hier kannst du überleben, der wird immer enger. Morgens früh hat uns die Feuerwehr ein Seil gespannt und dann sind wir an dem Seil, haben wir uns hier rüber gehandelt. Ihr Leben hat sie gerettet, ihr Haus und ihr Heimatort sind weitgehend zerstört. Unermüdlich sind nun Einwohner und freiwillige Helfer in Inshul im Einsatz und schaffen weg, was die Flutwelle hinterlassen hat. Schutt und Schlamm. Hunderte Menschen in Inshul haben kein Zuhause mehr. Hilfe bekommen sie 25 Kilometer weiter entfernt am Nürburgring. Alle Veranstaltungen auf der Rennstrecke sind abgesagt. Wo sonst das Fahrerlager ist, sammeln sich nun Einsatz- und Rettungswagen. Und das Hotel hat seine Türen geöffnet. Die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben oder am Mittwochabend einfach nicht mehr nach Hause kamen, auch diese Fälle gab es ja, weil eben Straßen schon überflutet waren, die konnten dann kostenlos hier einchecken und hier wohnen und das ist aktuell immer noch so. Der Nürburgring ist außerdem zu einer Sammelstelle geworden. Hunderte Menschen haben Lebensmittel und Sachspenden gebracht. Inzwischen bitten die Organisatoren nur noch um Geldspenden. Verteilt werden all diese Hilfsgüter im gesamten Landkreis Ahrweiler. Der Kreis im Norden von Rheinland-Pfalz ist am schwersten von der Katastrophe betroffen. 98 Tote wurden bisher geborgen. Es gibt mehr als 650 Verletzte. Bis zu 3000 Menschen werden noch vermisst. Allerdings, weil Strom und Telefonnetze unterbrochen sind, sind viele Menschen nicht erreichbar. Die Polizei fürchtet, dass die Opferzahlen noch weiter steigen könnten. Möglicherweise auch in Insel. Die Menschen hier schaffen und räumen. Zeit zum Verarbeiten der schrecklichen Ereignisse findet hier noch lange niemand. Das kann man nicht kopieren. Wenn man sagt, man ist in einem Albtraum, zwick mich und lass mich wach werden. Aber du bist ja hellwach, du bist ja da. Es ist ein Albtraum. 700 Menschen leben in Insel. Es wird lange dauern, bis sie die Katastrophe verarbeiten können. Guten Abend. Es ist Tag 4 nach der Hochwasserkatastrophe. Und noch immer suchen Rettungsschwimmer und Taucher nach eingeschlossenen Menschen. Hier auf der Bundesstraße Höhe Erftstadt standen Autos im Stau, als die Fluten kamen. Und die, die drin saßen, hatten nur ein paar Minuten, um sich auf die umliegenden Böschungen zu retten. So schnell kam das Wasser und verschluckte die Wagen. Heute steigt die Zahl der Toten auf 143. Und während noch immer nicht alle Opfer geborgen sind, wächst vielerorts die Angst vor neuen Überschwemmungen. In Nordrhein-Westfalen war David Sajuns heute in Mechernich, an der Steinbachtalsperre. Und er beginnt seinen Bericht in Erftstadt. Eine Notunterkunft in Erftstadt, eigentlich eine Schule. Hier kommen gerade so viele Kleiderspenden an, dass die Unterkunft gar nicht alle annehmen kann. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sortieren die Kleidung. Eine von ihnen ist Karin Tafticht. Sie wohnt direkt gegenüber der Notunterkunft, hatte selbst zwei Tage lang keinen Strom. Jetzt hilft sie hier mit. Weil ich einfach finde, dass es sich gehört. Ich finde einfach wichtig, dass die Menschen zusammenhalten. Das ist wichtig, gerade in so Momenten. Dieser Mann ist auf Hilfe dringend angewiesen, hat wohl alles verloren. Sein Haus, so zeigt er uns, liegt in der Nähe der Kiesgrube in Erftstadt. Das Grubenloch wird immer größer, reißt die umliegenden Häuser in den Abgrund. Ob sein Haus überhaupt noch steht, weiß er nicht. Einen Personalausweis habe ich noch und drei, vier Sachen, aber sonst ist alles weg. Das sind Papiere, Bilder, alles ist egal, alles weg. Jetzt schläft er in der Notunterkunft, auf diesem Feldbett. Wie viele andere hofft er jetzt auf Hilfe vom Staat. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet besucht die Notunterkunft heute, hört den Betroffenen zu, verspricht auch finanzielle Unterstützung. Wie hoch die Hilfen ausfallen und wie genau sie aussehen sollen, lässt er aber offen. Nein, das kann man noch nicht genau sagen. Es gibt die Beispiele der Hochwasserhilfe in der Flut 2002 und auch danach noch einmal. Und das wollen wir als Muster nehmen. Und dann wird beides dabei sein. Das sind Härtefälle, Strukturhilfe für die Kommunen und natürlich Wiederaufbau in großem Umfang. Der Wiederaufbau wird in Erftstadt bitter nötig sein. Die Bundeswehr räumte hier heute Autowracks von einer Bundesstraße. Auch Bundespräsident Steinmeier besuchte die Stadt. Ich finde es sehr gut, dass die Länder und der Bund sehr frühzeitig signalisiert haben, dass denjenigen, die vieles verloren haben, die große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Während der Bundespräsident spricht, ist im Hintergrund zu sehen, wie Armin Laschet ausgelassen lacht. Laschet entschuldigt sich später dafür. Er bedauere den Eindruck, der entstanden ist. In Laschets Bundesland gibt es immer wieder neue Schreckensmeldungen. In Mechernich in der Eifel drohen Bergbaustollen durch Unterspülungen einzustürzen. Die Behörden verhängen ein absolutes Betretungsverbot. Die umliegenden Wohngebäude werden evakuiert. An der Steinbachtalsperre, die im Süden von NRW die umliegenden Orte vor Flutwellen schützt, bleibt die Lage angespannt. Aber immerhin gelingt es Feuerwehr und THW, weiter Wasser abzupumpen und Druck von der Staumauer zu nehmen. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die evakuierten Häuser und Wohnungen wächst. Wir werden morgen nochmal mit allen Beteiligten, mit der Stadt Euskirchen, mit den Einsatzkräften, mit der Bezirksregierung, die auch hier vor Ort sein wird, uns die Lage anschauen. Vielleicht können wir morgen zu einer neuen Bewertung kommen und schon etwas Erstes sagen. Aber die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass sie erstmal noch evakuiert bleiben müssen. In der Notunterkunft in Erftstadt, die der Ministerpräsident besucht hat, gibt es viel Dankbarkeit für die Arbeit der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfer. Und ein Gemeinschaftsgefühl, bei denen, die schon seit Tagen hier ausharren. Es geht gut. Wir haben Gott sei Dank liebe Nachbarn und Freunde. Wir helfen uns gegenseitig, wo wir können. Wir haben Gott sei Dank mitgekriegt, unser Sohn hatte gestern die Möglichkeit, mal zu gucken. Da waren die Wege wohl relativ trocken. Und er sagte Gott sei Dank, die Wohnung, die ist noch in Ordnung. Also außer Keller, dass da eben Land unter ist, aber oben ist soweit okay. Das gibt einem wieder ein bisschen Hoffnung. Kleine Hoffnungsschimmer inmitten der großen Katastrophe. In den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands ist das Ausmaß der Schäden noch nicht abzusehen. Tausende Einsatzkräfte suchen in den von Wassermassen zerstörten Ortschaften weiter nach Vermissten. Mehr als 100 Menschen sind nach derzeitigem Stand durch die von Unwettern ausgelösten Fluten ums Leben gekommen. Mehr als 60 von ihnen allein in Rheinland-Pfalz, wo Teile der Eifel hart getroffen wurden. Brennpunkt ist der Kreis Ahrweiler. Die stark angeschwollene Ahr hat in Schuld ganze Häuser mit sich gerissen. Alten Ahr wurde regelrecht geflutet. Trinkwasser und etwas zu essen für die Einwohner von Alten Ahr. Die Ortschaft im Norden von Rheinland-Pfalz wird aus der Luft versorgt. Die Flutwelle hat die Zufahrtswege unpassierbar gemacht. Beim Gang durch den teils zerstörten Ort erzählt die Bürgermeisterin vom Unglück. Das heißt auch teilweise, dass Häuser komplett weggerissen worden sind. Straßen sind weggerissen worden, Uferbefestigungen, Brücken sind weggerissen worden, sodass unsere komplette Infrastruktur zerstört ist. Und es ist mehr als nur ein Hochwasser, es ist wirklich eine Apokalypse. Das Wasser zieht sich vielerorts zurück. Wie groß das Ausmaß des Unglücks ist, lässt sich nur erahnen. Neben enormen Sachschäden sind immer mehr Tote zu beklagen. In Dernau etwa wird ein geborgener Leichnam von der Bundeswehr abtransportiert. Auch die Ortschaft Schuld in der Eifel ist weitgehend zerstört. Die Aufräumarbeiten sind angelaufen. Die Ministerpräsidentin besucht den Unglücksort. Sie fordert finanzielle Hilfen des Bundes. Deshalb wird es in Zukunft darum gehen, auch wieder an den Wiederaufbau zu denken und zu helfen, dass er auch gelingt. Für die Katastrophengebiete haben Kirchen, Unternehmen und Hilfsorganisationen Spendenprojekte gestartet. Der Wiederaufbau könnte Jahre dauern. Johanna Wahl, hat sich die Lage in Schuld beruhigt? Nun, die gute Nachricht hier aus Schuld ist, dass offenbar niemand zu Tode gekommen ist. Das sagt uns der Ortsbürgermeister. Und das ist angesichts des Ausmaßes der Zerstörung hier ja fast schon unglaublich. Hier hat nun die Zeit des Räumens, des Aufräumens begonnen. Die Bundeswehr ist hier mit schwerem Gerät aufgefahren, mit Panzern. Bagger heben hier beschädigte, zerstörte Pkw beiseite. Und Menschen aus ganz Deutschland bieten ihre Hilfe an, wollen mit Schippen und Kleinlasser helfen kommen. Dafür aber sei es noch zu früh, sagt die Feuerwehr. Am Sonntag wird hier die Bundeskanzlerin erwartet. Und dann will der Ortsbürgermeister die Chance ergreifen und ihr das sagen, was er heute der Landespolitik gesagt hat. Nämlich, dass man sich schnelle, unkomplizierte Hilfe erwartet. Damit zurück zu Konstantin Schreiber. Vielen Dank, Johanna Wahl.